Was geht? Ich hab keine Ahnung, wo die Leute sind und ich suche sie, aber... Wow! Wieso sind da wieder welche? Heilige Sack! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Piss dich! Oh shit! Piss dich! Piss dich! Weg mit dir! Weg mit dir! Oh shit! Hey, die ficken! Ich will nicht! Okay? Lass mich in Ruhe! Ich bin... Keine Ahnung... Ich glaub ich hab was gesehen! Was sehen meine entzündeten Augen? Hier! Nimm das! Deine entzündeten Augen? Hier! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich kann einfach nichts sehen! Ich bin blockbar geworden! Biss auf! Nein! Noch du da... Warum bist du noch da? Hä? Ja! Guck dir da rein... Das ist ein Buckstein. Yo, yo, yo. BAM ins Maul, Alda. BAM ins Maul, Alda. BAM, BAM. Was los? BAM. Oh, daneben. Egal, hier. BAM. BAM, BAM. Aua. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist schlecht. Was ist los? Ey, ich drück irgendwelche Knöpfe auf einmal. Irgendwelche. Absolut nicht relevant zum Game. Ich drück. Schau. Nicht relevant zum Game. Keine Ahnung was ich für Knöpfe drück. Keine Ahnung. Die sind nicht vorhanden bei mir. Die sind nicht vorhanden bei mir. prueba nicht die Hallen. Ich schreibe mir. Bau! Ah! Ah! Ist das zu fassen? Oh, fuck! Boah! Huh? Huh? Wow! Ich habe Parachute gemacht und es hat fünf Jahre genau ein bisschen rausgehört! Ah! Hä? Was ist denn jetzt auf einmal los? Was? Versuchst du das gar nicht? Was ist denn immer weg hier? Ah! 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 Woher spiegst du? Woher spiegst du? Digga Jetzt ist langsam hier genug Es ist schon Tag Vor 5 Stunden Nix da War das einer von unseren? Nein, nein Nimm du das? Wow 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 Fast wieder raus Wow Und der verbrennt mich Junge die sind zu stark für mich oder was? Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Fick ich eine Wand? Was passiert hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was Nine Nein ich muss sie töten ich muss sie töten ich muss sie töten aber das geht nicht so aus irgendeinem geht es nicht so ja ruf deine Hurensöhne ruf sie auf einmal hat das spiel gesehen so du bist zu schnell gewesen zu gut so was ist was tun wir mal ein paar paar leute noch mit rein weil das war das das zu wenig ja das schon wieder nicht witzig nicht witzig gar nicht was ist es dieser part ist maßstab alter im ganzen game bin ich nicht so ausgerastet wird was ist es was ist es ich 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 Fuck. Die sind zu stark. Scheißegal, ich fix sie alle. Komm her. Abracadabra, Alter. Hier. Was packst du hier aus, Alter? Was? Abracadabra. Komisch. 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 Komisch! Die sind zu stark. Flip aus. Ich flip aus. Junge. Ohne Witz. Flip aus. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aaaaah! Fake Bullshit! Der ist halt da. Was ist los? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 ich bin nicht beeindruckt unglaublich dass es trotzdem so knapp war hat es mich jetzt keine ahnung was das war zwei dreimal hintereinander einfach nur alle knöpfe gedrückt und keine ahnung was das war ich meine ja sie sind stärker als ich gewesen aber es macht mir doch nichts aus zwei und sechzig befreien lasst diese leute gehen werde ich nicht du pk marionette du wirst dich noch an deinen fäden aufhängen bald fällt der vorhang für euch alle wir haben keine fäden er hat uns befreit was redest du da für ein scheiß der meister hat unseren körper und unseren geist befreit nun erkennen wir dass wir jedes mal wenn wir einen feind niederstrecken seine stärke in uns aufnehmen du kannst dich uns anschließen oder du kannst noch heute deinem schöpfer entgegen treten danke für das angebot echt ne meise du verstehst wow wow was da passiert wirklich war mal und jetzt sagt mir wenn ich jetzt noch einmal da anfangen muss und ich alle nein okay okay oh man oh man wow Wow! Wow! Okay, ich lasse es. Ich lasse es, sonst rege ich mich dann auf. Die sind stärker. Immer wenn jemand so um einiges stärker ist oder keine Ahnung, weiß ich nicht, was dann passiert. Dann ist irgendwie... Nein, das muss equal sein. Es muss gendergerecht sein. Was hat das mit Sender zu tun, ne? Fragst du? Weiß ich selber nicht. Ich weiß nur, sie sind tot. Ich besiege die und dann spiele ich das nicht mehr, wenn es so stark ist. Diese... Mission. Beim nächsten Mal schaue ich, passe ich drauf auf. Und dann wird es mich wieder triggern, wieder reizen und dann sage ich wieder, okay, die kann ich trotzdem... Was ist los? Was ist denn passiert? Oba! Hoppala! Wo? Oh! Oh! Oh. Oh! Oh! Whoa. Schneller! nein schluck du das zu zu greedy 30 ich wollte einfach nur nicht ein wollte nur nicht teilen und ums frecken wieso weil ich das bin junge ok ich bin zu blöd sie dürfen uns nicht vielen dank das werden wir dir nie vergessen das war das schlimmste überhaupt das war das schlimmste überhaupt hallo hier ist den freunden geht es gut wir stehen tief in deiner schuld keine ahnung was das war aber das war das wirklich abscheulichste sollte jetzt ein paar zeitquests machen um aufzuwerten und sowas aber das mache ich also ich mache jetzt ein paar zu ende noch halbe stunde und dann war es mal für heute weil dann bin ich 24 stunden wach in beziehungsweise zog ich das geben 24 stunden seit gestern um 1 ja ok ich habe drei vier stunden davon nicht gespielt vielleicht vielleicht auch weniger muss ich mal gleich nachschauen aber ich bin auf den ich spiele es durch kurs irgendwie obwohl ich eigentlich hier ein paar sachen erledigen sollte ja 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 38 39 mit was spiele ich dachte schon mit 26 22 junge was immer weg hier aber nein den das könnte ich schon verkaufen ich gehe mal zum händler warte wo kann ich verkaufen die funktionen generatoren ok ok B. Und? auch wand laufen 2 habe ich dich wirklich habe ich die okay was habe ich für welche aha 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 wand laufen wand laufen nehmen wir ja wand laufen perfekt und als nächstes brauche ich doppelsprung heilige fuck okay einmal doppelsprung bitte okay der rest interessiert mich eigentlich nicht zum mitnehmen nicht zu mir essen apropos essen ich muss dann auch noch was essen ich habe gar nichts gemacht ich habe dahin leid spiel man halt so ich die wirklich leid sieh ja 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 Jona Jona Ola Miin Ola Missa Orsi I I Okay. 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 Ah, okay. Oh Okay, oh Oh Toh! Toh! Ja, sterben wir. Lieben wir. Wollen wir. Tun wir. Geil. Sehr geil. Oh ja. Heimstoffbehälter in der Nähe. Ah, okay, okay. Hier unten war ich nicht. Hier ist zwei und ein Generator, der nichts bringt. Entschuldigung. 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 Was ist das? Hmm... 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 Uh... was B1 Geht nicht weiter Geht nicht weiter Geht nicht weiter Geht nicht weiter Irgendwie wirds hier nichts Ich kann da nicht rein Geht nicht weiter Geht nicht weiter Geht nicht weiter Geht nicht weiter 1C Wo war C? Ne 1 zu 1 erstmal 2C 3C 4C 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 5C 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 6C 5C 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 6C 5C 5C 2C 5C 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 6C 5C 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 6C 6C 5C 6C 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 5C 6C 5C 6C 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 7C 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 8C 7C 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 8C 8C 9C 9C 10C 8C 11C 10C 10C 1C 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 2C 1C Okay. ist alles unter wasser wasser Händstoffbehälter in der Nähe Erschreckt mich nicht so Ich bin sehr müde Erschreckt mich schon vor Kleinigkeiten Hier ist C Ich bin sehr müde Ich bin sehr müde Ich bin sehr müde Was? Ich bin sehr müde Drei Und Ja Drei Ich bin sehr müde 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 Oh, oh, oh. Okay, airbags, oder? Oh, no, airbag. Nur Originalware. Nur Originalware. Schau, 62, 37, da, 22, den kann ich verkaufen. 44, 33, also 76, 33, ja, 44, 37, 37, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, 38, 39, 36, 38, 36 ist das kleinste. Also, das heißt, was ist das Brett? Bricket Schläger kann ich gar nicht verkaufen. Das kann ich auch nicht verkaufen. 24 kann ich auch nicht verkaufen. Also, den antiken Hammer, den tue ich mal zur Seite. Hol mir... Schlitzen. Schönen wir alle. Egal. Empfiehl mich weiter, Kumpel. Wo ist mein Schlafplatz? Ich weiß nicht, wer den Strom wieder angeschaltet hat, aber ich will ihn unbedingt drücken. Was weiß. Aiden. Aiden Smith. Ich habe gedacht, ich komme nicht mehr hier rein. Gut, 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 gut. Sehr gut. Okay, antiken Hammer, einmal weg. Abriss Hammer, kann bleiben. Der Rest wird missbraucht. Der Rest wird komplett missbraucht, Junge. Wieso ich meine Axt nicht habe. Das ist so schade. Die ist einfach kaputt gegangen und jetzt kann ich sie nicht mehr holen. Das ist schlecht. Nichts. Okay, das war's für heute. Wir machen morgen weiter. Bis zum nächsten. Peace.